Hallo Leute, herzlich willkommen auf einem neuen wieder auf meinem Zimmer und wir werden jetzt die Bodelflip Challenge machen und ich werde dieses alte Video und jetzt zusammen drehen und es regnet, ja, jetzt beginnen wir mit der Bodelflip Challenge. Das war einfach ganz normal, also der, was jetzt das, also Bodelflip schafft, hat einmal die erste Challenge geschafft und während wir machen, überlegen wir uns die zweite Challenge. Ja, ok, beginn du. Du machst das viel zu hoch eigentlich. Ich weiß. Ja, Bruder, er schafft es nicht. Oh, fuck! Er klingt komischerweise. Moin Leute, wir müssen jetzt kurz woanders hin. Hier sind viele Leute. Ja, wir suchen uns jetzt einen zweiten guten Platz und bis gleich. Moin Leute, jetzt geht es endlich weiter und wir werden jetzt die Bodelflip Challenge jetzt machen. Werden sie woanders machen müssen. Werden sie woanders machen müssen. Ja, beginn. Oh! Jetzt bin ich's. Ja, ich hab gewonnen und jetzt werden wir eine andere Challenge machen. Ich weiß auch schon welche. Was für Challenge. Schau, wir müssen Bodelflip schaffen. Geh mal weg. Ich zeig's den Zuschauern. Geh weg. Wir müssen unter den Fuß und so schaffen. Alter! Okay, es wird ganz hart. Aber wir müssen da Bodelflip Challenge machen. Ich hab' den Klappchen. Okay, du kommst die da aber nicht. Oh! Na, jetzt bin ich krank. Oh! Leute, es klappt bei mir nicht. Wow! Das war... Oh! Oh! Knapp! Na! Oh! Oh! Das war Suchmob, Leute! Alter! Ja, Sonnenmüssen! Oh! Oh! Es wird uns leicht zu tun. Ja. Okay, was ist die nächste Challenge? Mach' mal jetzt Bodelkampf. Bodelkampf? Ja, du musst schon auf die andere Seite gehen. Das Game wird gespielt. Schau. Es muss mal versuchen. Äh... 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 Also... Ich frag' zum Beispiel die... Äh... Die... Eine Frage. Und du musst in drei Sekunden sie antworten. Und dein Bodelflip machen. Und stehen. Okay? Okay. Was ist die Hauptstadt von Kanada? Eins... Keine Ahnung! Okay, er hat's nicht bestanden. Jetzt muss die Müller-Australen. Otto war wär's gewesen. Ja, okay. Okay? Was? Welche Bundesregierung hat gutes Wasser? Eins... Zwei... Johann Günther? Was? Das wär' eigentlich Tiroler, aber okay. Bundesland, weißt du? Naja, das war schwierig. Was? Ähm... Was? Ähm... Ähm... Zwei... Zwei... Eins... Dablin! Ohhhh! 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 Okay, du musst die letzte Frage mir fragen. Dann sei mal fertig. Welches Fußballteam ist die beste Mannschaft? Drei... Barcelona... Real Madrid... Alles klar! Okay, Jela beteiligt! Eines! Okay, er hat gewonnen! Er hat gewonnen! Ja! Kann man nichts dazu sagen? Es steht 2 zu 1! Hashtag... 2! Ähm... Bei mir findet ihr das zweite Video! Also bei mir gibt es die... Es ist noch nicht fertig! Ja! Die Challenge! Nicht? Nein! Und schreibt in die Kommentare! Wer einen Punkt gewinnen soll? Wer öfter... äh... Welche Zahlen nimmst du? 0 bis 9? Ja, 0 bis 9! Was nimmst du? Was für Zahlen? Wie meinst du? Ja! Was für Zahlen nimmst du? 0 bis 9! Ihr abgelastet! Okay! Ich nehm 7! Also er nimmt 5! Schreibt in die Kommentare zum Beispiel Hashtag 5! Dann kriegt er 1 Punkt! Und wenn ihr bei mir Hashtag 7 schreibt, dann kriege ich 1 Punkt! Ah, okay! Jetzt hab ich's verstanden! Und wer dann als erstes im insgesamt 10 Punkten hat, der hat gewonnen! Mal sehen, ob wir... Mal sehen, ob so viele einen Kommentar schreiben! Aber wir haben... Du hast ja jetzt schon 2 Punkte in die einen! Und der Verlierer... Da wird man dann eine Bestrafung machen! 1 Buckle Challenge oder so! Ja! Sowas in der Art und... Ja! Und die nächste Challenge... Und die nächste Challenge... Findet bei mir statt! Er für... Er schreibt in die Kommentare, wie ich nochmal heiße! RS90! Ja! Da schreibst du in die Kommentare! Ja! Ich schreib's unten in die Infobox... Also in die... Äh... In die Beschreibung! Ja! Ja! Okay Leute! Ich hoffe... Na! Das Video... Okay! Das Video ist beendet! Und jetzt werden wir eine Fußball-Challenge machen, oder? Vielleicht! Okay! Tschau Leute! Tschau Leute!